Wie kann ich Gott erleben? Von Chris Morphew Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch deinen geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich habe Urlaub. Deshalb diese exklusive Lesung. Chris Morphew Wie kann ich Gott erleben? Gelesen von Raoul Simeonescu Kapitel 1 Wenn Gott real ist, warum fühlt er sich dann nicht real an? Die Schulglocke hatte schon geläutet und der Rest der Klasse war bereits damit beschäftigt, ihre Sachen zusammenzupacken. Als eine meiner Schülerinnen, etwa sieben Jahre alt, zu mir nach vorne kam und sagte Herr Morphew, ich habe ein Problem. Was ist los? fragte ich und hockte mich hin, um mir in die Augen schauen zu können. Die Sache ist die, fing sie an. Hier drin, sie tippte sich auf den Kopf, weiß ich, dass Jesus real ist. Dann nahm sie ihre Hand herunter und legte sie auf die Brust. Aber hier drin weiß ich immer noch nicht, ob er real ist. Dieses Kind hatte hier in der Schule schon jahrelang alles Mögliche über Jesus gehört. Sie war klug und aufmerksam und sie wusste extrem viel. Doch gerade war sie dabei, etwas zu entdecken, das schon Millionen von Menschen vor ihr über Gott gelernt haben. Zu glauben, dass er dich liebt, ist eine Sache. Diese Liebe wirklich zu spüren, ist eine ganz andere. Die Bibel verspricht einige gewaltige Dinge in Bezug auf die Freundschaft, die Gott uns anbietet, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Jesus sagt, dass er gekommen ist, um uns in das bestmögliche Leben überhaupt zu führen. Dem Leben in Fülle. Johannes 10, Vers 10 Er sagt, wenn wir ausgelaugt und gestresst sind, brauchen wir nur zu ihm zu kommen und er wird uns Ruhe und Frieden schenken. Sogar mitten im Chaos des Lebens. Matthäus 11, Vers 28, Johannes 14, Vers 27 und Philippa 4, Verse 6 bis 7 Die Bibel fordert uns auf, wenn wir für irgendeine Situation Weisheit brauchen, einfach auf Gott zu vertrauen und ihn darum zu bitten und er wird sie uns geben. Jakobus 1, Vers 5 Sie spricht auch davon, dass Jesus kam, um seinen Freunden eine totale Lebensveränderung zu bringen. Eine Veränderung, die so großartig und kraftvoll ist, wie die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling. Römer 8, Vers 29 und Galater 4, Vers 19 Laut der Bibel wird, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, sein Geist kommen, um in uns zu wohnen. Dann wird er uns mit immer mehr Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung erfüllen. Galater 5, Verse 22 bis 23 Und das klingt ja auch alles ganz toll, aber ist es auch wahr? Ich meine, ist das es, was du in deinem Leben gerade erlebst? Eine echte Raupe zu Schmetterling-Verwandlung? Oder klingt das alles nur wie ein Haufen schöner Gedanken, die im echten Leben leider nicht funktionieren? Du betest, aber es passiert nichts. Du öffnest die Bibel, aber alles wirkt so verwirrend und wirklichkeitsfremd. Du gehst zum Gottesdienst, aber musst echt kämpfen, um nicht einzuschlafen. Und gleichzeitig schaust du dir deine Freunde an, die Jesus nicht nachfolgen, und sie kommen offenbar ziemlich gut ohne ihn klar. Kommt es dir so vor, als hättest du etwas nicht kapiert? Als hättest du irgendwie versagt? Oder als hätte Gott bei dir versagt? All die Versprechen klingen ja vielleicht ganz toll, aber wenn sie mit dem echten Leben nichts zu tun haben, wofür dann das Ganze? Wenn Gott real ist, warum fühlt er sich dann nicht real an? Wenn Gott uns ganz nah sein will, warum fühlt es sich dann oft so an, als wäre er ganz weit weg? Stell dir vor, ein neuer Schüler kommt an deine Schule. Du siehst ihn auf der anderen Seite des Klassenzimmers und denkst dir, vielleicht freunde ich mich mal mit ihm an. Aber natürlich nicht sofort. Du willst ja nichts überstürzen. Erstmal musst du etwas über seine Persönlichkeit herausfinden. Also redest du noch nicht mit ihm. Du beobachtest ihn nur aus sicherer Entfernung. Du siehst, wie er sich zur Seite lehnt, um mit einem Sitznachbarn zu sprechen, aber du sitzt zu weit weg und kannst nicht hören, worüber sie reden. Also pierst du dich von hinten an ihn heran, um mithören zu können. Doch leider sieht der Lehrer, dass du nicht mehr auf deinem Platz sitzt und schickt dich zurück, damit du weiter an deinen Aufgaben arbeitest. Beim Mittagessen siehst du, wie sich der Neue mit ein paar anderen aus deiner Stufe hinsetzt. Sie fragen dich, ob du dich zu ihnen setzen willst, aber du winkst ab. Immerhin musst du erst noch deine Ermittlungen zu Ende führen. Du wartest, bis sie sich wieder umgedreht haben und versteckst dich im Gebüsch hinter ihnen. Du nimmst dein Fernglas zur Hand, fokussierst auf den Neuen und ziehst ein Notizbuch aus deinem Schulranzen, um deine Beobachtungen festzuhalten. Haarfarbe, Augenfarbe, Größe, Essensvorlieben, Kautechnik. Es ist schon erstaunlich, was du alles entdecken kannst, wenn du aus der Nähe jemanden genau beobachtest. Später sitzt du wieder mit dem Neuen im Unterricht. Er beantwortet eine Frage des Lehrers und die Antwort ist ziemlich gut, aber fast schon zu gut, wenn du verstehst. Ich meine, wen will der beeindrucken? Du schlägst eine neue Seite in deinem Notizbuch auf, schreibst, weißt zu viel und unterstreißt es. Gegen Ende des Tages ist dein Notizbuch schon recht gut gefüllt, aber du hast immer noch das Gefühl, als hättest du nur an der Oberfläche gekratzt. Als du nachmittags zu Hause bist, tust du also das Naheliegendste. Du stalkst ihn online. Du findest seinen Account, aber leider ist er auf Privat gestellt. Das ist doch verdächtig, oder? Was hat dieser Typ zu verbergen? Am nächsten Tag erzählst du in der Schule einem Freund davon. Er schaut dich verwundert an und sagt, warum schenkst du ihm nicht einfach eine Anfrage und wartest ab, ob er annimmt. Du verdrehst die Augen. Ja klar, was ist, wenn der ein Spinner ist? Einige Wochen später hast du einen ganzen Haufen Notizen über den Neuen gesammelt. All die Stunden, in denen du seinen Spind im Auge behalten hast, haben sich wirklich ausgezahlt, aber... Irgendwie bist du daraus immer noch nicht schlauer geworden. Aus irgendeinem Grund fühlt es sich nicht so an, als würdest du den Neuen auch nur einen Deut besser kennen als am ersten Tag. Was stimmt mit diesem Bild nicht? Nun ja, offensichtlich so einiges. Worauf ich aber hinaus will, ist Folgendes. Kenntnisse über jemanden zu haben und jemanden wirklich zu kennen, sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn du dich mit dem Fernglas im Gebüsch versteckst, wirst du mit Sicherheit alle möglichen Informationen über eine Person herausfinden. Aber es wird wohl kaum eine Beziehung daraus entstehen. Denn es ist ein Riesenunterschied, ob man jemandes Freund ist oder sein Stalker. Und der Grund, warum ich das anspreche, ist der, dass wir nur allzu leicht Gott genauso behandeln, ohne es überhaupt zu merken. Wir können all unsere Zeit und Energie darauf verwenden, etwas über Gott zu lernen. Ohne jemals einen Punkt zu erreichen, wo wir das Gefühl bekommen, ihn zu kennen. Natürlich ist es unglaublich wichtig, dass wir im Kopf die grundlegenden Tatsachen über Gott richtig verstehen. Wenn du mehr darüber wissen willst, gibt es ein anderes Buch in dieser Serie mit dem Titel »Woher wissen wir, dass der christliche Glaube wirklich wahr ist?« Darin geht es um die zuverlässigen historischen Beweise dafür, dass Jesus wirklich so ist, wie die Bibel ihn beschreibt. Doch das ist nur ein Teil des Bildes. Wie bei jedem anderen auch, lernen wir Jesus nicht dadurch näher kennen, dass wir auf Abstand bleiben und bloß Dinge über ihn erfahren. Wenn es überhaupt dazu kommen soll, müssen wir eine Freundschaft mit ihm eingehen. Meine Mutter erzählt oft, wie sich das Bild für sie eines Tages zu einem sinnvollen Ganzen zusammengefügt hat. In ihrer Kindheit lernte sie viel über Jesus. Ihr Kopf war voller Informationen über ihn. Doch etwas hielt sie noch zurück. Konnte sie wirklich darauf vertrauen, dass das alles wahr ist? Konnte sie sich dem allen wirklich mit ihrem ganzen Leben verschreiben? Als sie ihre Mutter, also meine Oma, fragte, gab diese ihr einen Rat, der sich wirklich bewährt hat. Warum lebst du nicht einfach eine Weile so, als wäre es wahr, und wartest ab, was passiert? Mit anderen Worten, warum nicht einfach ein Experiment durchführen? Anstatt nur etwas über die Versprechen Jesu zu lernen, versuch doch mal, eine Zeit lang so zu leben, als seien diese Versprechen wahr. Anstatt nur noch mehr Informationen über Jesus zu sammeln, nimm dir mal etwas Zeit, um eine Beziehung zu Jesus aufzubauen. Und genau das tat meine Mama. Sie führte dieses Experiment durch und hat seitdem nie mehr zurückgeschaut. Denn je mehr sie so lebte, als sein Jesu Versprechen war, desto mehr stellte sie fest, dass sie es tatsächlich sind. Je mehr sie eine Beziehung zu Jesus suchte, anstatt nur immer mehr Informationen über ihn zusammenzusuchen, umso mehr erlebte sie, dass Jesu Liebe real ist. Sie ist nämlich nicht nur eine schöne Vorstellung, sondern eine lebendige Realität in ihrem Leben. Jahre später gab meine Mama diesen Rat an mich weiter. Und wieder einige Jahre später gab ich sie an die junge Schülerin aus meiner Klasse weiter, die versuchte, ihr Wissen über Jesus vom Kopf ins Herz zu bewegen. Das hat den entscheidenden Unterschied in meinem Leben gemacht, und ich bin davon überzeugt, dass das auch bei dir der Fall sein kann. Soweit, so gut. Aber wie machen wir das? Wie leben wir, als ob die Versprechen Jesu wahr sind? Wie legen wir das Fernglas ab, steigen aus dem Gebüsch heraus und fangen an, eine echte Freundschaft zu Jesus aufzubauen? Eben darum soll es in diesem Buch gehen. Das war's für heute. Bitte bete für den evangelistischen Verteileinsatz von OM in Berlin an Ostern. Ich habe dazu mit Freunden einen Chatbot entwickelt. Auf www.osterhase.chat kann man sich mit dem Osterhasen über Jesus unterhalten. Wenn du diese evangelistische Aktion auch finanziell unterstützen willst, dann findest du alle Infos unter www.biblebots.de Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen Amen